So, ich stehe hier auf der Erdoberfläche und spüre die Gravitation, während ich hier so rumsitze. Und das ist die 9,81 m durch Sekunde Quadrat. Und was wäre, wenn ich zur ISS fliegen würde? Hätte ich dann sicher weniger als 9,81, aber wie groß wäre die Beschleunigung da oben? Darum geht es. Es gibt hier zwei Gravitationsformeln. Fg ist m mal g und Fg ist g m1 m2 oder so durch r Quadrat. Und auf der Erdoberfläche gelten die beide und ich habe hier die 9,81. Hier auf der ISS gelten auch beide wieder m g gleich g m m durch r Quadrat. Aber ich habe hier, ich nenne es mal g 500. Und eigentlich macht man das nicht so, ja, weil das, also ich stelle mir da so einen Planeten vor, der so 500 mehr hat. Ja, also wie wenn die Erde größer wäre und wir da oben spazieren gehen könnten bei gleicher Masse. Ja, dann wäre alles leichter. Und genau, die nicht elegante Methode, aber einfache ist, dass ich mit der blauen Gleichsetzung die Masse der Erde berechne. Ja, also das mache ich mal so im Schnelldurchlauf, weil das bei dem Arbeitsblatt haben wir das schon dreimal gemacht. Also bleiben wir mal blau. Also m g gleich g m m durch r Quadrat. Dann kürzt sich die Masse vom Astronauten weg. Das ist die 9,81 von der Erde und die Masse der Erde ist gesucht. Und r ist der 6370 Kilometer, also dieser Erdradius 6370. Weil das ist ja, wie weit bin ich da weg? Natürlich mit Metern. Und wenn ich das eintippe, bekomme ich für die Erde, hier bin ich, Masse der Erde, m e gleich, wo hatten wir das? 6000, äh, nee, nee, die Erde ist, ist doch 6,1, genau, 6,1 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und das setze ich ins Grüne ein, mache aber nicht Grün weiter, sondern Schwarz, weil es besser sichtbar ist. Jetzt gehe ich auf 500. M hier, so. M g 500 ist wieder g m durch r Quadrat. So. Es kürzt sich die Masse vom Astronauten auf der ISS weg. G 500 habe ich. M ist jetzt die Masse der Erde. Radius ist neu. Das sind, ich bin jetzt weiter weg, also 500 Kilometer. wieder 3 Nuller dazu, aber plus Meter. Nicht vergessen. Meter plus die 6370, wieder mit Metern. Genau. Ja, und dann bekomme ich mein Ding raus. G 500 gleich, da war das 8,4. Genau. 8,4 Meter durch Sekunde Quadrat. Ein schönes Ergebnis, will es unbedingt noch diskutieren. Wir haben nämlich, g auf der Erde ist 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Und das ist ja gar nicht so viel weniger. Das heißt, auf der ISS fühlt man sich nicht so dramatisch. Also die Erde zieht die ISS immer noch an. Dennoch haben wir die Fernsehbilder von den schwebenden Astronauten. Und das kommt so zustande. Also wenn das die Kapsel, also immer so zylinderförmig, wenn das die Kapsel ISS ist und hier ist dann irgendwo die Erde da unten. Oh, und hier ist der Astronaut. Dann würde der normalerweise angezogen und knallt auf die Erde. Er tut es aber nicht, weil er sich auf einem Kreis bewegt. Das heißt, für den Astronauten gilt Fz gleich Fg. Und weil die beiden Kräfte gleich sind, schwebt er. Netterweise kürzt sich bei Fz gleich Fg die Masse vom Astronauten weg. Das heißt, die müssen nicht ein bestimmtes Gewicht einhalten, damit sie schweben können. Das ist völlig egal. Die können essen oder so. Und das gilt immer. Aber man nennt das auch Mikrogravitation. Weil wenn er auf der Seite oder wenn er auf der Seite vor der Kapsel ist, dann hat er ein bisschen einen anderen Radius. Und dann gilt dieses Gleichdings nicht aufs Millionstel Newton. Also minimale Gravitation ist schon da, aber so gut wie nicht. Weil sich es auf... Also die Gravitation ist scheinbar weg, weil wir ein kräftig Gleichgewicht haben. So, man muss ein bisschen aufpassen mit der Formulierung. Genau.